Offspring Offspring, oder? Offspring, ja Da bauen wir uns etwas auf Diesmal haben wir auch Bibliothek und ... oh 1, 2, 3 Hier ist das Das da, das da Ich mache wie immer die 505 Räume Ah, hier sind die Juwelen Taubel Also, 5 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5 4, 5 3 Kommt, gleich verstärken 5 Räume 1, 2, 3, 4, 5 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 Damit hab ich schon meine Nein, du gehst da nicht hin. Da geht es auch nicht hin. Okay, das ist gut. Tut mir hier bitte alles versteuert, okay? Gut, der kann da ruhig machen. Da 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 da. Ich muss immer das Sascha-Turke-Hämmerer übertönen. Und das nervt. Weil es nicht einfach ist. So. Gut. Jetzt mache ich hier Good Campaign. Das da rüber. Und das da rüber. Da habe ich definitiv ein Safe-Point. Und du gleich Verstärkung. Nein. Da hin, da hin, da hin, da hin. Ich habe das nämlich da mal kurz überflogen. Spawners. Ja. Da muss man aufpassen. Deswegen möchte ich da jetzt erstmal alles verstärkt habe. Damit ich da nachher keine Probleme habe. Ich hoffe halt nur, dass die nicht bei mir durchs Land kommen. Hier mache ich die Schatzkammer. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, ein Dieb. Okay. Hintner Farm mache ich da rüber. Dann Bibliothek hier. Und hier rüber kommt dann das Gold. Diebe möchte ich nicht. Tunneler möchte ich auch nicht. So. So. Hm. Deine Goldreserven sind hoch. Du hast nicht genug Gold. Du hast nicht genug Gold. So. Gut. Schauen wir mal, was ich für Kreaturen bekomme. Ja. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich den ersten Payday komplett... Okay. Doch. Ich werde auf jeden Fall nicht. Ohne welche Kosten habe ich. Wobei. Doch. Mach mal. Der erste Payday ist komplett ohne. So. 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 im. So. 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 Aber bliegt ne fliege. Und macht sum 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 sum. Brum35. Brum práum. Nee. Ich will kein Dieb. Bei der Helde ist es schön, man kann sich ein Stück weit erlauben, welche Helde man überhaupt will, welche nicht. Und bei der Helde sieht man auch, was die Lieblingshelde sind, genauso wie bei der normalen Kreatur. So, die klatsche ich nicht, die ist nämlich sozusagen zerbrechlich. So, da oben ist er. Das heißt, er kommt da hintere, da runter an die Juwele, geht um die Juwele rum, Brücke habe ich, perfekt. Das ist nämlich wieder ein Spawner Spot, kann man sagen. Oh, da geht doch nicht da rein. Oh, da war dann wahrscheinlich was. Also dürfte hier etwas sein und hier dürfte was sein. Jetzt rennt er da rum, ok. Also, der ist ein Spawner. Okay, der dapselt jetzt da komplett ausrum. So, jetzt hole ich mir das nächste Gold. Den Dieb weg, wenn er die so schnell es geht auf 2, 3, 4, was auch immer. Am besten auf 4 die Film. So, kann ich 15 Grad Hora haben? Oh ja. Oh, da ist ein Level 3. Das ist schon mal gut. Die soll aber auf 4 kommen und dann haben sie nämlich Blitz. Ich werde diese Blitze werfen. So. Gut. Da habe ich schon 7 Aborbaren. Okay. Kann man. Die 4 kommen hier raus. 3 und 3. So. Ich hoffe, dass die schnell auf 4 kommt noch. Das ist schon ein Problem. Gut. Komm. Mach die 4. Auch. So. Dann einmal speichern. Ist ja nicht so schlimm. Danke. Du bist auf den Krieg gestern. Nein. Komm ich zuh! Komm ich! Komm ich! Komm ich! Komm ich! Was? Du kannst nicht nix auf den Krieg gestern. Du bist die Minion gewinnen. Du bist hier im Kampf geschenk Athlet. Du bist die Krieg gestern. So, hier, hier, hier. Die Fahling. Ich habe ein Papa. Ich fahle ein Papa. Oh, 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 wie kommen wir da noch? Oh, 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 oh. Bei der Menge ist kein Wunder. Gut, dann machen wir hier auf. Da sind Geweele. Da kommt dann eine Schatzkammer hin. Wo? Achso, da. So, das ist die Karte. Hier ist ein Increased Level. Hier ist ein Transfer-Gradwörter. Da sind zwei Babare. Da einer. Da einer. Was machen meine Imps? Ah, okay. Ich kriege keine Kreaturen mehr, weil ich keinen Gold mehr habe. Und schon kommt die elfte Kreatur. Eine Fehl. Ich nehme wahrscheinlich eine Fehlmatch. Ah, da kommt der Imp. Ups. Und 15. Sieben Fehl. Sieben Wehr. Acht Babare. So, passt. Ups. Ups. Im tot. Ah, so gut es auch. Das ist schon mit Spawner gemeint. Die spawnen hier die ganze Zeit. Deine Minionen gewinnen. Die Spawner gewinnen. Die Spawner gewinnt. Yippie. Ja, danke, Landeinnahme. Hey, ihr blöde Dinger. Weg von der Juwele. Okay, jetzt dürfte er an die Juwele. Ja, dann haben sie halt eine Magic Box. Ähm, wo rennen die hier? So, was sagt ihr für die Horned Reeper? Aber die Horned Reeper? Die Barbare meine ich. Ich komme nicht auf Horned Reeper. Die Septa sind beide. So, um die Spawner ein bisschen zu ärgern, muss man einfach nur das machen. So, ich zeige die Fee, Fünfer, 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 alles Fünfer und Vierer, das klingt schon mal noch etwas. Da, komm, da. So, dann... Nämlich ein Fünfer-Fenich.